Ja, so nachdem ich jetzt in dem Blogbeitrag die ganze Zeit ja von der hyperfokalen Distanz gesprochen habe und immer mal wieder gesagt habe, ich habe mir diesen Wert einfach rausgesucht, will ich euch natürlich jetzt ganz kurz auch zeigen, woher ich diesen Wert immer bekomme. Ich habe bei mir auf dem iPhone wie auf dem iPad diese Anwendung Fotopiles hier unten installiert und wenn ich diese App öffne, dann habe ich ganz viele Funktionen. Die ganzen Funktionen werde ich euch mal separat in einem anderen Video erklären, aber heute geht es einfach um diesen einen Punkt hier in der Mitte, Hyperfokaltabelle. So, hier kann ich das nämlich immer ganz einfach rauslesen. Wie funktioniert das Ganze? Ja, am Anfang muss ich mir oben erstmal meine Kamera raussuchen und kann zum Beispiel sagen, okay, heute fotografiere ich mal mit der Nikon D750. So, dann habe ich hier auf der linken Seite verschiedene Brennweiten, die ich mir raussuchen kann und kann zum Beispiel sagen, okay, heute bin ich mal mit 28 mm unterwegs. Ich will also mit einer Brennweite von 28 mm fotografieren und dann habe ich hier in dieser Zeile die verschiedenen, ja, überfokalen Distanzen für die unterschiedlichen Blenden. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, wenn ich mit Blende 10 fotografiere, dann habe ich halt hier eine hyperfokale Distanz von 2,62 m. So, also wenn ich ein, ja, Motiv in 2,62 m anfokussiere und darauf scharf stelle, dann ist dahinter einfach alles scharf. Und das kann ich, wie gesagt, hier für verschiedene Blenden mir mal raussuchen, für verschiedene Brennweiten. Da habe ich ganz viele Möglichkeiten, also auch zum Beispiel, wenn ich mal etwas exotischer unterwegs bin mit der Brennweite 135, dann ist das für mich überhaupt kein Problem, dort entsprechend diese Distanzen rauszusuchen. Ja, das wollte ich euch heute einfach nochmal ganz kurz noch zeigen. Wie gesagt, die anderen Funktionen kommen alle viel später mal in einem zweiten Video. Ich bedanke mich jetzt wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotolagbuch.de und bis zum nächsten Mal.